Ich hab ein Secret-Op-Center Ich glaub ich port nicht, das geht schnell als ich er zurücklaufen Scheiße, das ist außerhalb, auch da oben ist das auch kacke Ja, porten geht schneller als zurücklaufen Okay, ich hab jetzt noch on a wimp, durch diese Dinger springen Und ich bin bei Sgt Rensic Die einzigen beiden Quests, die ich noch habe Ja Weil ich mich nicht erinnern kann, dass ich rechts unten Bei dem Walkers Bluff rumgehüpft bin, da bin ich mir ziemlich sicher, dass da eine Quest war Hm Na eigentlich, also warum? Ja, ich will gerade meine Frames hier einsetzen, aber keine Ahnung was geht Gatak-gatak-gatak-gatak-gatak Gatak-gatak-gatak-gatak Gatak-gatak Ja, hat irgendwie eine Rasse gewesen gerade er hat eine rasse gehabt die ich nicht kenne aus wie elfen also die ande hier die dings sind es nicht zum wie ähnlichen typen sind es nicht die mit dem schwanz da wird nene die große war größer als ich sehr groß was sind die untoten aber nicht aus wie ein untoter das ist doch nötig er muss hier rechts unter vor ich muss nur das handelspaket abliefern das habe ich schon gemacht wo meiner zwischenzeit links rechts unten ob ich das mit dem springen da gemacht hatte bei walkers bluff da muss ich auch noch mal hin da muss ich auch noch was abgeben was für ein guter tag für verbande das ist doch noch mal hin das ist doch noch mal hin das ist doch auch ein guter tag mit der wer ist die das ist doch noch mal hin woran wir betingen das ist die einer Auktionator, Schematics, Schematics. 6, ich brauch wieder 10 ne, für das scheiß Mount. 7, ich brauch wieder 10 ne, für das scheiß Mount. 6, ich brauch wieder 10 ne, für das scheiß Mount. Vielen Dank. Vielen Dank. Das ist noch eine Challenge. Vielen Dank. Das war nur Kartograf. So. Jetzt habe ich erstmal die ganzen Unit Frames angepasst. Dann wird ein bisschen wieder locker flockig. Okay. So. So, einfach Litgag Beinlinge, die kann ich auch nicht wegpacken. Falscher Knopf. Sieht aus, als wärst du bereit für den nächsten Schritt. Okay, ich bin jetzt wieder bei... Sgt Rins gleich. Okay. Mal da die Quiz zu weitermachen. Und ich bin bei Sgt Rins. Yep. Hoffentlich kannst du das rauskriegen. Das war ein gutes Gespräch. Okay. 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 So, Sgt Rins bist du draußen, ne? Mhm. Mhm. Okay. Das ist so schön. Okay. 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 So, jetzt ist's. Okay. Ich will einfach alles über diesen Planeten erfahren. Ah ja, hier war alles rumgeheppe. Ja, mach ich gerade. Oh, ich bin ein Gras, ey. Ich bin auch nur Gras gerade. Ah, ist weg. Fertig. Nur eine Bronze. Ich habe noch drei Minuten. Ich spreche die Dinge ab. Kann ich auch noch mal anders machen. Okay, dann komm, was weiter hier? Wir müssen nach links. Hä? 25 Meter nach links. Presszeit. Oder was? Ja, ja, die ist hier unten. Fast. Wo kannst du die Quest-Dateien, die du hast? Vielleicht habe ich die gar nicht. Collect Dominion Datacache? Nee, du... Ach nee, das bist du gar nicht. Doch, doch. Du hast doch gerade einen verarztet hier, oder nicht? Ja. Das ist die Sergeant Rin. Okay. Guck gleich hier! Mal gucken, wo die ist, ey. Kannst du die teilen, ne? Hm, gerne mal. Ähm... Mal gucken, wo die ist. Ähm... Wie sieht das aus? Okay, warte, ich komm gleich. Aber eigentlich hatte ich die Sergeant Quest-Zahle gemacht. Ja, das ist normale Folge-Quest. Da sind wir ensemble. Da sind die, die wir so machen lassen. Damit richtig zurückkommen. Ich werde dich so machen. Untertitelung des ZDF, 2020